Oli fährt das vierte Mal Auto. Mittlerweile. Sie braucht den Highway. Und auch die Autobahn macht sich Oli gar nicht schlecht. Wenn Oli fährt, Oli fährt das Service. Das hat das Geld gemacht. Wir waren schon Darius. Wir haben noch ein bisschen mitgefahren. Wir gehen durch. Das ist eine reingressvolle Strecke. Rad aus, ab dem blauen Himmel. Wir zeigen uns, wie die Landschaft uns zählt. Wir gehen auf die Bisschen-Axia Roadhaus. Auf der Kuss. Wir gehen jetzt an ein bisschen auf den Bisschen-Axia Roadhaus. Wir gehen jetzt an ein bisschen mit dem Bisschen-Axia Roadhaus.